Das Spiel hat angefangen. Danke. So, herzlich willkommen zu einem neuen Game. Mein Name ist Shootskater. Mit dabei ist B99, der Tobias, ähm, Russia-Style und Artyom. Guten Tag. Das Spiel hat gar nicht angefangen. Ich habe euch gerade begrüßt, meine Freunde. Ja, bei der Sp... Warum sagst du bei manchen den In-Game-Namen und bei anderen den Real-Life-Namen? Find ich nicht fair. Weil das der Real-Shit ist. B99 muss man einfach sagen. Kann sich Danny sagen. Ja, warum? Hallo. Den von Artyom muss man auch sagen. B99, hart am bestäuben. Eins. Ey, wir können das gar nicht verlieren. Die haben Ur-Rot. Vor allem die Eins, die macht's aus. Ja, und wir haben Morgana-Jungle. Ah, die Morgana... Nee, Attack-Speed-Morgana, sorry. Das heißt nicht Attack-Speed. Gab einen Anruf. Danny sagt, wie es heißt. Nein. Das ist Attack-Speed. 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 Okay. Sorry. Das wusste ich nicht, Thomas, sorry. Bist du mit Donnerl? Danny, was magst ich? Du magst, also die E magst du. Warum die E? Weil die E übelst viel Schaden macht. Echt? Und du kannst in der Lane, ja, in der Lane kannst du richtig hart mit der Pauke. Jetzt ohne Troll jetzt. Ja. Okay. Das ist, weil, wenn du, wenn du, zum Beispiel, wenn du, zum Beispiel, wenn du, die Q, die Q treffe ich ja nicht so. Genau, das ist, erstens das, erstens das, und zweitens, ja, wenn du die E magst, dann kann die Riven auch nicht viel machen. Wenn du dann einen Minion zu ihr schleuderst, über 30 Kilometer, und das sieht gut. Ich bin auch, ich bin auch gar nicht da. Nee, lass mal nicht in den Wäden, ich tue, ich mache, ich mache Wölfe. Okay. Aber lass dich sterben, ne? Ja, natürlich. Schau mal, guck mal an Attack-Speed. Zum fünften Mal, ich bin noch nicht in-game. Schau mal was gelegt, und wie, wie mache ich das nochmal genau? Also, ich glaube, ähm, bei den Wölfen, ja, die E geht auch. Du machst halt die E auf die Dinger, haust halt lange, haust halt lange, was denn? Ja, haust halt 20 Minuten drauf, bis du tot bist, du pottest nicht. Na, potten, im Anführungszeichen, ja, und dann einfach passive, haust den großen tot, wenn er nicht schon tot ist. Nee, ich mag die Q, die hat weniger, cooler, und macht viel mehr Schaden. Ja, aber du, also, zählt ja nicht. Nee, ich mache mit Level 1 die Q. Ich kann hier die E mit Level 2 dann skillen. Ich bin hier direkt Level 2, ich mach doch mehr Schaden. Ja, ist doch okay, aber trotzdem kriegst du sie tot mit deiner passiven. Du musst ja nur noch 5 Sekunden, 2 Sekunden stehen bleiben oder sowas. Bis du tot bist. Ist ja nicht, als ob du mit deinem allerletzten Hit die tötest. Wen denn? Oh, er fängt bei den Wölfen an. Ey, Dyrus lädt die Axt, äh, die Q nicht auf, ne? Warum nicht? Der tippt dir einfach nur an. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Bei den Wölfen oder so? Bei allen oder bei den Wölfen? Ne, bei den Wölfen. Ja, aber, aber, Ja, das ist es. Du kannst ja... Ja, dann musst du dich noch Backporten heilen, dann ist es nicht so. Alter, geh doch mal ran da. So, drei Autotech sollen reichen. Ich trinke den Shit doch nicht, Alter. Du bin ich. Bist du nicht Jungle? Wer ist denn bei uns im Dschungel unterwegs? Ach, ein Dickfrau. Wenn du jetzt Balls hättest, Tobi, hättest du Dorans angefangen. Unser Dorans, Dorans, richtig wichtig sind. Jawoll, erst mal den Farms, wo ich ihn weg hatte. Deswegen brauchst du länger, wenn du nicht tot bist. Weil deine passive mehr Schaden macht. Aber ich wollte hier nicht wirklich viel Lerde geben, oder? Ich bin dran, weil es viel mehr Attack-Speed ist. Ja, aber ich sterb nicht. Ja, und? Ja, das war eh exaktiviert. Ja, das war eh exaktiviert. Das ist so eine Leuchte, der Typ. Noob. Oh, fuck. Er hat seine Gengs draufbekommen. Ich muss dodgen. Boah, ich fahr mir voll selbst. Der größte Shit, den man auf Bot-Lane oder im Jungle machen kann. Dieses Drecks-Shill zu stillen. Aber nur Useless ist wie Shit. Aber wow, als ob dieses Schild den Leben rettet. Mach's raus. Tobi gibt's hier hart, Alter. Oh, Hasium. Wow, das ist Kras. YOLO. LOL. Wow. Diese. Wow. Mit Lenker in Flash. Ganken, jetzt! Sofort! Ok, ok. Danke. Du treibst doch nicht, Urgott. Schwöre? Kräh? Oder ohne Kräh? Ich packe jetzt meinen Cock weg. Der Cocky ist so'n geiler AD Carry, Alter. Cocky ist auch cool. Vor allem dieser D&D. Wenn du einfach mal ne Q triffst. Q-Auto-Attack, Ulti-Auto-Attack, W-Auto-Attack. Oh, sorry. Ich hab gar nicht gesehen, dass die eigentlich dich mehr totgeprügelt haben. Hast du gesehen, Tobi? Da hat Q gesehen, Junge. Leona SS, ne? Ne, da ist er wieder. Komm mit! Oh, lol. Schade. OP, Mann! Das ist echt OP. Okay. Vor allem, wenn du dann triffst. Ja, ne, wie eben bei den Würfen. Ist sie tot? Achso, ne, ich meine. Ne, Tobi war zu weit weg. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das treffe. Ich hab ultimative Fähigkeit. Ja, mit Laner sind immer überlebt. Vor allem hatte ich First Blood bekommen, weil die Potzer mir einen First Blood gegeben hat. Ich lauf auf die Lane. Und TP dann irgendwo hin. Ich werde mich noch rächen. So, geh dann weg und komm mit Ult auf die Lane und TP dann weg. Da, die Würfen, die Würfen. Oh, ja, ja, ja. Danke sehr, Geist. Siehste, nur weil ich das Ding gemacht habe, ey. Ich sterbe. Ja. Die ist halt so dreist und geht noch auf mich drauf, ne? Oh, Junge. Wie lange die eh castet. Und was meinst du, lohnt es sich diesen Champion zum Main? Ja, Mann. Warte Teamfights. Nein. Warte Teamfights. Nimmst du die Riven? Oh! Ja, nein. Oh, ich denke mal... Oh, dieser Zion Alter. Oh, dieser Zion Alter. Halt nicht rum DRECK Nee hab ich nicht mehr Ich hab auch ulti Den hab ich noch bekommen ihr Pista Ah dodging skills Er muss aber auch treffen Oh wow Das war ein bisschen bad Du hast so Korki schon mal wie so andere AD Carries gespielt Ne aber Qdipi hat's gemacht Und es ist cool Ja der hat Schaden gedrückt ne aber ist nicht effizient Flash? Ne ist grad gejuset ne Pass auf Ah easy Kannst du auch kiten wirklich wirklich glaub mir Du tankt deine Minions Aha schaffst du nicht Ah fuck Good job Korki Da wird ihre E gefailt Die haben Drake Ah die haben Drake Alter wie der die nimmt Keine Mana Fiddlesticks Mitte Er kommt top Oh lol der ist Level 3 Fiddlesticks kein Flash SS Katharina Hat er SS Sorry die hast sie gut getwollt Die dachten du gehst auf die Whiffen Haben einfach hinter sie geflasht Was krieg ich wenn ich sie nehm Was krieg ich wenn ich sie nehm Oh wie er es nicht trifft Alter er bürstet dich ja richtig Alter er bürstet dich ja richtig War auch nicht so gut da lang zu laufen Scheiss Dreck Scheiss Dreck Alter das heilen macht richtig viel Spaß Oh man ey Danny versteh dich Wow guck dir das Leben von dem an Wir haben alles raus auf der Opert Lane Oh wow Die U-Hit kam auf jeden Fall early ne Wow jetzt ist der uber dick Die Kottel entfehlt Alter was du Käfig gemacht hast auf die Kröte 哥 Du bist die Kröte Wir haben den Kröte Machen Ich bin Wann Die Kröte Die Kröte Ganz Nuh-uh. Hau da in meiner Seite teil. Scheiße. Scheiße. Es rüdet nicht rum. Ich werde mich weg. Ich mach doch keinen Ult. Du musst Frozen Hard kaufen, dann gehts los. Fuck. Liven, kommt Mitte. Again? Ja. Ja. WP, Guys. Copyback im Biss. Fiddlesticks ist botlane. Jo. Warte. Wups. Was hast du aus der Base geholt, Bitch? Loll, Hi. Der kam ja in jetzt, ne? Loll. So spielt man Sion, Alter. So spielt man Attack Speed Morgana im Jungle, meine Freunde. Hahaha. Ja. Ich mache Damage, holy shit. Oh, ne. Ja. 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 Ich bin ein bisschen schüttelnd Ich räche dich, Tjoba Okay Hey lol, warum disconnectet man denn? Hä, Tobi, was wir erteln dir? Tötet dich nie im Leben, die Fotz Will die Kata mich holen, oder was? Äh, Katharina, Botlane! Ja, ich hab's doch schon gesehen Ich hab's doch schon gesehen Aber ich mag's halt zu sagen Halt die Schnauze Warum, was hab ich denn dir gemacht wieder? Ja, ich hab's doch schon gesehen Warum, lass die Kata holen Ja, geht's gut Fuck Alter Fuck Geht Hey, Mann Wollst du die Outbrain? Naja, ich wüsste ja nicht, dass Viertel hinter mir war Wir hätten das heiten können, Danny Ja, schön Ey, wieso bist du disconnected überhaupt? Ja, ausgedrückt, ey Oh, die weh Schön, dass du den Lugas kriegst, du disconnectet, Alter Ich? Ach, ich stehe dir den Okay Äh, ja Ja, ich stehe für 2, ist okay Ja, ich stehe für 2, ist okay Kostest du auf sie an, ne? Ja, und ich mach mich nur, so bräuch ich den auch Boah Ihr habt so viel gemeinsam, ey Junge, du machst so viel Schaden Im Early ist schon mächtig Hast du die E hochgeskillt oder die Q? Die E natürlich Ja, siehst du Mach halt einfach BATS, Junge Hehehe Hehehe Wer Alter Fiddleult, Leonault O-Kate Was wollen die noch usen, Mann? Kann man wo Gott leben Holy moly, Alter Das kann's echt nicht sein Lauf doch in die andere Richtung Bäh Danny, hör mal auf. First Item Rearven, direkt schwarz ist bei. Ja, die hat sie gleich wieder. Du kannst auch fighten, Danny, macht Null Schaden, na gut, der macht Schaden. Alter! Oh, was will denn der Mongo schon wieder, der nervt mich. Ja, jetzt muss ich lassen können, du kriegst. Ich hab ja die ganze Arbeit gemacht. Ja, ja, alles klar. Danny, Mann! Zack. Jetzt bin ich mal dran. Mann, dein Hugo hat so gefiel, du bist ein Spaß, Danny. Alter, was fielst du denn dann noch? Hey, Uwe, Alter! Ich frau sie euch alle, haben wir nach Freu. Mach doch Outfit! Okay. Okay. Wollte ich halt, äh, wollte erst... Du, ich bin kein Danny Korki mehr, halt die Schnauze. Wer halt auch der Tech noch hinterher flog. Alter, ich denke, du schon bist. Mach noch, mach noch mal, äh, deine Ult nehmen bei denen, alle zwei Sekunden. Ja, ich weiß, das mach ich, wenn ich Minions mache. Warum denn? Du kannst Tower pushen schneller. Hahahaha! Jawoll! Sweet. Report Danny Feeding. Okay. Farmen. Farmen. Farmen lieber. Easy. Ist eh nicht. Jawoll! Ja, so, das ist ein richtiger Sion. Der muss erstmal farmen, wenn er fast siehnt. Ja, bin ich aufm Weg. Fickt ihn mir out. Coolt auch gleich wieder. Das ist so geil mit Rosenheart. Alter, guck dir mal den Farm an, Danny. Holy moly. Die Hälfte ist schon tot. Du, wie hast ein Wort? Loll. Loll! Danke. Danke fürs TP. Okay, geil. Okay. Wir will kiten. Ich fasse es nicht. Ich bin zu fett. Cutter ist noch hinter euch. Cutter ist noch hinter euch. Cutter ist noch hinter euch. Du lässt einfach an Danny vorbei. Pff. Danke fürs TP'n. Hast du es gerochen, oder? Natürlich. Ich hab's gesehen. Ich guck nie auf die Map. Auch nochmal knapp, Alter. Wenn sie einfach an mir vorbeigerennt ist. Wie sie einfach an dir vorbeigerennt ist. Was? Würdest du dich bei mir entschuldigen? Was? Würdest du dich bei mir entschuldigen? Warum? Hm? Ach, wenn ich gesagt hab, dass es useless ist. Ja, klar. Ich hab dann meinen Qualen teil. Was? Lolle Pussy, Alter. Lolle Pussy, Alter. Oh, fuuuuck. Oh, fuuuuck. Kannst fighten, Danny. Hinter euch. Danny, out your attacks. Geil. Ich komm. Alter, wie lange hält'n der 4? Blutdurchschlag. Erstmal defensieren. Ich schnitzle. Die Range. Mach mal nen Tower down. Igor. Ja. Kein Problem, Danny, ne? Fins für Schmuggrabe. Easy. Boah, du machst da Hardcore schaden. Loll, wie viel... Wie viel Attack Speed, Alter. Wie ne Sau schaut. Boah, dieser Boss von Velcos. Was ein Reim. Auto-Tags. Die Oma, Auto-Tags. Aus Range. Die Oma stirbt. Die Oma, lauf hier hoch. Was? Die Oma, bist du Noob, sagst du? Ich hätte das Sonja'n sollen. Die E. To-Shoot. 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 Ja, Bilge-Wasser auf zweimal das Attack-Speed-Ding. Was kann man überhaupt aus Bilge-Wasser bauen? Hext, Hext, Deck, Gunblade und Blade. Ja, Blade. Ja, und wenn er noch zwei Attack-Speed-Items gibt? Ja, hab ich ja grad gesagt. Ja, ne, Danny. Doch. Oh, Alter. Da kommt noch ein Fiddlesticks und irgendwie so ne Huren-Söhne. Und what? Wie da? Null. Bait him of Hiddlesticks, ne Ult. Komme. Da war ein Pink-Word. Und genau so geht das in Teilen. Ich werde mich noch reichen. Komme jetzt ein E drauf. Nein, du musst STRG-3 machen. Ganz schnell hintereinander. Oh ja. Ja. Wtf. Wtf. Sound resumed. Sound resumed. Sound resumed. Denny. Ja. Ich werde mich da alleine machen. Ich habe nur geschneid. Ja, was... Was stimmt von mir? Ach so. Fünf gegen eins oder was? Äh, fünf gegen zwei. Mann, dein scheiß-fucking-gefieleter Ur-Bord geht mir auf den Sack, du Pisser. Hörte sie doch der Luft an. Ja. Mach doch was. Ne. Okay, okay. Hä? Kannst du mal rum? Das ist der Typ dumm, Alter. Du hast Benjis und der versucht dich zu vieren. Still wieder, still wieder. Pum. Ohhhh, was macht die Fotze denn da, Alter? Koki hat eine besonders große Rakete in seinem Raketenwerfer geladen. Oh ja. Ich will den ja nicht. Ich bin umflossen. Okay, Tobias. Gib ihn mir halt nicht. Hä? Hä? Denny, was brauchst du? Last-Eiter? Diko ist... Hä? Last-Eiter? Last-Eiter? Äh, bei Sion. Trinity Force. Trinity Force, Junge. Ach, bei Sion meinst du? Ne, du hast jetzt Ninja-Taris, du hast Dinger. Na, ne Warmox, ne Warmox oder so? Was kostet ne Warmox? Wenn du halt Full-Tank gehst. Ja, da hab ich ja easy peasy in der Tasche. Na. Denny, du bist ein Fischer. Ja. Noch mal so viel ist, Alter, fang ich nicht hin. Alter. Ich bin halt voll in ihr Dings reingerusht, da in ihre Fix Ulti, Mann. Ey, ich hab nicht ge... Ey, willst du mich völlig verarschen? Hallo, Chef. Haben Sie jetzt? Ich stehe übrigens besser als du, Tobi. Haben Sie halt Prokets bekommen? Weil du fliehst und dann fliehst du aus und dann ist es nicht weg. Ja, weil ich auch gefühlen habe. Ja? Ja. 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 Ich bin geroll. Ja, ich bin geroll. Geht richtig steil mitzahlen, Alter. Geht richtig steil mitzahlen. Denny, ich bin jetzt auch offiziell ein Ziel-und-Fanboy. Ja, sorry. Ein Kack-Bohrer. Okay. An enemy ist legendary. Wer hat die Cutter so gefeatet? Komm mal, komm mal mit der. Alter, Sion. Wir haben von unten. Oh, Geist. Wir müssen reagieren, ne? Wir müssen reagieren, ne? Garne, was ist der beste? Diese haben wir so gut gefeatet. User, join your channel. Oh, denny räumt sich ab, Junge. er wollte ich schaue ich mache ich ihr glaubt nicht wie viel spaß dieses motorrad bringt ist so unnormal ne du musst tanken, du hast gut, du hast da kommt alter hat der obi das wird nischt natürlich ja danny tocht deinen skillshot nicht schnell wieder, schnell wieder ich geh botline splitpushen, ich hab tp auch mit sie und mit dem item bitte zu splitpushen ja natürlich du willst nur nerven ja alter ruf mich jetzt an, nervt mich doch mal nicht keils ja das legt schon wieder auf, sorry mach mal bitte hab doch schon hat man ja noch hast du gestern meine sweet message gelesen? klar halt mit den 30 cm wahrscheinlich deine kopfumfang ja ja du musst ja schon schmunzeln oder ja ich hab dir ein lächeln aufs gesicht aufs gesicht gezaubert gesicht? hoff ich mir gesicht ich kann man du hast mir zwei namen gesagt einen namen gesagt ich weiß schon der eine ist heidi noch oder? atium heidi wie heißt du? ne ich hab keinen zweiten namen robertus ah genau robertus alter das war ne leona ich geb dir so nen auto text ich mach was da vielleicht what the fuck ok tjoma ok guckt wie lange man drin stehen bleiben kann guckt wie lange man drin stehen bleiben kann kopfum Ich renne immer noch den jungle machst du halt mega easy mit der wedi skill